Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal bitte euer Maximus. Ich begrüße euch zu City Car Driving. Heute mal mit dem Audi A6 TSFI 2.0. Ihr könnt ja mal reinschreiben wie viel PS die 2 Liter Maschine von Audi hat. Und ja, der sieht schon richtig nice aus. Und wir werden heute den Audi hier bei wirklich glatten Verhältnissen mal ausprobieren. Ja, probieren wir es mal. Und wir schneiden uns als erstes an. So viel Zeit muss sein. Machen, ja, den Motor an. Und gehen in den Innenraum. Ja, und da hören wir an. Gucken wir nach hinten, ob alles jo ist. Blinken raus. Machen, den Rückwärtsgang rein. Und versuchen, den nicht abzuwürgen, ne? Ach du Scheiße. Okay. Normal. Ach, rein das Ding hier unten. Oh, 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 oh. Da kommt ja jemand. Und gucken wir nach vorne. Och, Gott, das ist ja anstrengend hier. Boah, ei, 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 ei. Boah, Pots blitzt hier mal. Wo geht's hier lang? Oh. Und Attacke, hü mit den Audi. Ach, sieht schon richtig cool aus, der Wagen, muss ich ehrlich sagen. Ei, 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 ei. Ah, Bremse lösen. Ja, und dann wollte er komplett nach vorne rutschen. Die Tage ist ja sowieso noch ein bisschen glatt. Oder, naja, mal sehen, wenn das Video rauskommt. Heute haben wir den 17. Da habe ich auch gerade das aufgenommen mit dem LKW. Wir machen den ersten Gang rein. Und werden jetzt mal richtig schön Schuhpakete geben. Durchkrallen lassen die Reifen. Und, ja, wollen wir mal gucken, ne, wie der Audi sich hier so verhält. Aber der Innenraum, ey, das ist ja schon echt schön gestaltet, ne. So. Ah, ja, mag gar nicht so, ne. Der Zaun hört sich auf jeden Fall nicht so schön an. Ich hoffe, der kommt auch ein bisschen rüber, so. Ey, ist immer noch rot. Was ist denn hier los? Wollen die mich ärgern hier? Der hinter mir macht jetzt auch schon irgendwelche Faxen, weil er keinen Bock mehr hat. Ey, du wirst doch nicht bei rot jetzt rüberfahren. Sind wir hier in Russland, oder was? Jetzt sehen wir natürlich die Ampel gar nicht mehr, ne. So, gucken wir mal. So, jetzt sehen wir die Ampel. Jetzt gebe ich richtig Vollgas und, äh, der macht gar nichts. Was ist denn hier los? Ah, schöner Wagen, ne, aus Bayern. Y-E. Y-Reisen? Bundeswehr? Hm, keine Ahnung. Und ich denke, jetzt wird der... Ach, hier ist ein grüner Pfeil. Oh. Wir achten mal jetzt nicht auf die rote Ampel. Und wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben. So. Da passen wir doch durch. Oh, abgesoffen. Ach, du Scheiße. Na, das kommt ja auf jeden Fall uncool, ne. Ah, hinter mir ist jeder gefahren. Alter Schwede. Das läuft ja. So, jetzt mal schnell auf die Autobahn hoch. Und gucken, wie schnell er überhaupt fährt. Ei, 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 ei. Mal sehen, ob wir 150 schaffen. Ganz schön enge hier alles. Alter, 180. Schauen wir die 200? Wo geht's da hin? Ei, ei, ei. Au, 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 au. Haben wir die 200 geschafft? So sollte man auf jeden Fall nie fahren, wie ich das hier mache. Ich bin kein gutes Beispiel oder Vorbild. Alter Schwede. Meine Güte. Da ist man ja ganz schön fix und foxy hier. Komm, das müssen wir. Ich weiß nicht, ob wir 100%ig jetzt die 200 geschafft haben. Deswegen werden wir es trotzdem mal probieren. Ohne zu gucken, einfach rauf auf die Straße. Oh, falscher Gang. Warte mal, warte mal. Wo fahren wir denn am blödesten lang jetzt? Ah, schon wieder immer, wenn ich rückwärts fahre, wirklich die Karre hier ab. Und jetzt nur noch mal. Komm, die 200 müssen wir schaffen. Ah, da geht er natürlich erst mal in den Drehzahlkeller, ne? So, bei 6000, schalten wir. Komm, Baby, komm. Oh, 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 oh. Wow. Oh, oh, oh. Enge Geschichte. Komm, gleich haben wir die 200. Oh, oh. Hier durch, hier durch, komm. Oh, das wird zu eng. Was ist hier los? Alter Schwede. Oh, Gottes Willen. Ich denke mal, wir haben die 200 geschafft, oder? So, und dann werden wir jetzt noch mal ein bisschen ordentlich fahren. So, ihr könnt ja mal reinschreiben, wie schnell ich hier fahren bin, ja? Also, das würde mich mal echt interessieren. So. Oh, jetzt hat man natürlich erst mal gar keinen Sound, ne? Das ist jetzt so ein bisschen ärgerlich, dass jetzt hier kein Sound ist. Aber man merkt richtig, wenn ich bremse, wie ich hier schlitter. Guckt euch an. Uh, ich kann hier lenken, was ich will. Man muss echt, ja, wie gesagt, die Bremse lösen. Unser ABS ist wahrscheinlich kaputt. Naja, gut. So. Woher ist eigentlich lang hier? Oh, ey. Wenn das glatt ist, dann ist wirklich glatt. So aufpassen? Ist die Karre geil, der Audi hier. Ja, Audi würde mir auch gut stehen, denke ich mal. So, hier ist orange. Grün. Hier noch dazwischen. Oh, ich habe die Kupplung losgelassen. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt beide Feierabend machen. Aber wir können ja noch mal ordentlich zurückfahren. Oh, bin ich drottelt. Ja, ja. Jetzt versuchen wir mal noch ein paar Meter ordentlich zu fahren. Nicht mehr als 50. Hier lang cruisen. Wie schnell darf ich überhaupt fahren? Wir müssen mal auf die Schilder achten. Der fährt zum Beispiel ein bisschen schneller wie ich. Maximale Geschwindigkeit erreicht. Also nicht mehr als 50. Okay. So, dann fahren wir mal ein bisschen in die City rein, ne? Mal sehen, was da noch so passiert. Ja, ist schon ein cooler Wagen. Also, rolle ich nach hinten oder was? Hinter mir steht sowieso kein Auto. Also kann ich ein bisschen nach hinten rollen. So, ersten Gang rein. Alter! Also, ganz ehrlich. Ihr könnt mal durchzählen, wie oft ich mein Auto abgewirkt habe. So, blinken wir mal. Ist jetzt aber nicht so krass mit denen. Also so, ganz normal, lässt er sich fantastisch auch bei glatten Witterungsverhältnissen fahren. Fahren? Naja, es wird zu langsam hier. Ah, lösen! Oh, war das knapp! Bin ich ein Held! Was ist eigentlich, wenn ich die Handbremse drücke? Wow! Na, so kann man es natürlich auch machen, oder? Also, Handbremse geht. So, alles klar, Lungen und Mädels. Wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Cut. Maximus kriegt es einfach nicht im Backen. Der hat jetzt erstmal das Auto schon wieder abgewirkt. Aber, ich würde sagen, war da eine ganz lustige Tour. Ihr könnt, wie gesagt, unten mal wieder in die Videobeschreibung rein dödeln. Was soll ich als nächstes für ein Auto mir besorgen? Das sind natürlich alles Autos aus dem Steam Workshop. Mit den Worten, mein Fisch haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.